Beisland in Ruhpulding Beim Heim-Weltcup in Ruhpulding hat Laura Dahlmeier vor allem am Schießstand ein starkes Rennen gezeigt. Läuferisch hat die Olympiasiegerin nach ihrer langen Pause noch Luft nach oben. Die zweimalige Beisland-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist in ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Jahr in Ruhpulding als beste Deutsche auf Platz 9 gelaufen. Beim Heimspiel in Bayern blieb die 25-Jährige ohne Schießfälle und landete im Sprint über 7,5 Kilometer 47,7 Sekunden hinter der Siegerin Anastasia Kuzmina aus der Slowakei. Platz 2 belegte Lisa Fetuzzi aus Italien vor Hanna Öbek aus Schweden. Die stärksten Frauen blieben am Schießstand allesamt fehlerfrei. Nachdem Dahlmeier wegen einer Grippe über Weihnachten noch den Weltcup in der Vorwoche in Oberhof ausließ, zeigte sie in den Kimgauer Alten am Schießstand eine starke Vorstellung. In ihrem erst dritten Saisonrennen nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen in den vergangenen Monaten konnte sie in der Lippe allerdings noch nicht ganz mit der Weltspitze mithalten. Dahlmeier durchlebt ihre bisher schwerste Saison. Nach einer gesundheitsbedingten Zwangspause hatte die siebenmalige Weltmeisterin erst im November mit moderatem Training angefangen und war kurz vor Weihnachten in Novemesto in den Weltcup zurückgekehrt. Mit Platz 2 im Sprint und Rang 5 in der Verfolgung hatte sie sich in Tschechien eindrucksvoll zurückgemeldet. Danach kam mit dem Oberhof Ausfall der nächste kleine Rückschlag. Zweitbeste Deutsche wurde Franziska Preuß, ein Fehler, auf Rang 10, Denise Herrmann, 2, schaffte es auf Platz 17. Im Rennen der Männer war Weltmeister Benedikt Doll beim Sieg von Johannes Tinnis Börs Norwegen zuvor starker Dritter geworden. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team